Hallo und willkommen bei tooltime.de, eurem IT-Kanal im Internet. Toll, dass ihr das Video angeklickt habt. Hier in diesem Video möchte ich euch mal zeigen, wie ihr euer Windows 10 von einer Festplatte oder SSD klont auf eine andere Festplatte oder SSD. Geht aber prinzipiell auch mit jedem anderen Windows oder Linux. Und da braucht man nicht viel zu. Und die Software ist hier auf so einem USB-Stick drauf und die kann man sich kostenlos runterladen. Hier habe ich ein aktuelles Notebook mit Windows 10 drauf. Ist auch die aktuellste Version von Windows 10, alle Updates drauf. Funktioniert auch ohne Probleme. Und das ist aber ganz egal, ob das ein PC ist, ein Laptop, ein Notebook oder ein Gaming-PC. Das geht mit jedem Gerät. Und hier brauche ich eben diesen USB-Stick. Zeige ich gleich mal, wie man sich den erstellt. Und hier braucht man noch eine Festplatte. Das ist eine externe Festplatte. Das kann auch eine externe SSD sein, ein externer Datenträger. Der muss eben so groß sein, wie die Festplatte oder die SSD, die hier eingebaut ist oder größer. Und man braucht natürlich noch eine SSD, wo man das dann drauf klont. Habe ich hier drüben liegen. Da gibt es ja im Internet jede Menge Videos mit verschiedenen Methoden, wie man eine Festplatte klont. Und die sind aber auch teilweise schon ein bisschen älter, diese Videos. Und mittlerweile geht das wesentlich einfacher mit so einem Linux-Stick. Und auf dieser Linux-Distribution, da ist ein Tool drauf. Da kann man Festplatten mit klonen. Und das geht super schnell und super einfach. Geht auch mit Maus und ist auch auf Deutsch. Und das kann eigentlich jeder. Auf diesem Notebook, da ist Windows 10 installiert, sind jede Menge andere Programme drauf installiert. Und die braucht man auch danach nicht neu zu installieren. Da sind auch eigene Daten drauf. Die bleiben auch erhalten. Die werden auch geklont auf die neue SSD. Die sind dann da drauf, kann man auch direkt dann starten. Muss man nichts konvertieren oder sowas. Da ist installiert hier der Hardware-Monitor, zum Beispiel Firefox, der Media Player, LibreOffice. Und das funktioniert auch alles super gut. Auf der SSD im Notebook, da sind jede Menge Bilder drauf. Und die sollen auch drauf bleiben. Und dann sind hier noch Downloads und Videos sind hier auch. Und die werden alle mitgeklont. Also alle Daten, die drauf sind, Programme und eigene Daten. Und das Windows natürlich selber auch. Das wird 1 zu 1 geklont und da geht nichts verloren. Bei dieser Windows-Installation sind auch schon alle Updates gemacht. Letzte Prüfung, heute 12.31 Uhr. Und aktiviert ist es natürlich auch. Das ist Windows 10 Home. Geht aber natürlich auch mit Windows 10 Professional. Und jeden anderen Windows- oder Linux-Version, die auf so einem Notebook oder auf dem PC dann drauf sind. Hier ist jetzt installiert die Version Windows 10 20 H2. Installiert am 07.01.2021, also heute zum Zeitpunkt des Videos, die aktuellste Version mit allen Updates, die es gibt. Das hier ist die SSD, die eingebaut ist in diesem Notebook. Und das ist eine 120 GB SSD. Das ist natürlich ein bisschen klein und die möchte ich natürlich auf eine größere klonen, ohne alles neu zu installieren. Und da sieht man auch die Unterteilung der SSD in verschiedene Partitionen. Einmal die Systempartition, dann die Daten- und die Windows-Partition und hinten nochmal die Wiederherstellungspartition. Und die neue SSD, die ist natürlich größer. Und da muss man natürlich auch die Partition C anpassen. Das zeige ich auch. Das geht auch super einfach. Da braucht man auch nur diese Datenträgerverwaltung zu, wie man die hier sieht. An dem System hier, was man hier drauf hat auf dem Rechner, muss man gar nichts machen. Man lässt es einfach so. Man kann das Notebook oder den PC dann einfach runterfahren und dann von dem USB-Stick booten. Ich habe das Notebook eingeschaltet und habe hier bei dem Notebook auf Escape gedrückt und dann kriege ich so ein kleines Menü angezeigt. Da kann ich mir dann aussuchen, von welchem Medium ich booten möchte. Das ist ein EFI-Notebook. Da ist es meistens ja ein bisschen schwieriger. Manchmal geht es bei Notebooks mit F2 oder mit F12, F10, F9, F8, je nachdem, was man eben für ein Gerät hat, was es für ein Notebook ist oder für ein PC. Oder ihr müsst mit Entfernen ins BIOS und da die Bootreihenfolge einstellen. Bei diesem Notebook kann ich entweder booten USB-Harddrive, der Toshiba USB-Stick im EFI-Modus oder UEFI-Modus, wie es hier oben steht oder hier unten das Ganze auch im MBR-Modus. Und das ist aber auch egal, welches Notebook ihr habt und wie die Platte partitioniert ist. Das geht mit EFI, UEFI und das kann man sich hier einfach aussuchen. Ich nehme mal dieses jetzt hier auf dem USB-Stick. Da ist ein Linux drauf und zwar das PopOS Linux. Und das kann man booten. Das ist ein Live-System und wenn das hier gleich kopiert auf die Platte, wenn das klont, da zeige ich mal, wie man sich so einen Stick erstellt. Das geht super einfach. Man braucht nur einen leeren USB-Stick und kann sich das runterladen. Ich habe jetzt den externen Monitor, den man eben gesehen hat, an das Notebook angeschlossen, damit man das hier ein bisschen besser abfilmen kann. Und er hat jetzt hier auf dem Notebook gebootet. Und ganz oben rechts, da gibt es so einen kleinen Pfeil und da gibt es hier Settings. Und da kann ich die Sprache zuerst mal auf Deutsch umstellen. Da kriegt man dann dieses kleine Fenster und dann schaut man hier unten, da gibt es dann Region und Sprache. Klicke ich drauf und hier oben Sprache. Und da ist hier Englisch und im zweiten Punkt gibt es direkt dann Deutsch. Wirklich sehr einfach. Klicke ich auf Select und jetzt muss man sich neu anmelden. Also das Linux wird nicht neu gebootet, sondern man loggt sich aus und loggt sich wieder ein, wie man das von Windows kennt. Jetzt ist die ganze Benutzeroberfläche auf Deutsch und hier kommt noch ein Fenster Standardordner auf aktuelle Sprache umstellen. Ist eigentlich ganz egal, das kann man wegklicken. Und hier in diesem Fenster möchte das Linux sich installieren. Auf die SSD, das brauchen wir aber nicht. Das schiebe ich einfach mal hier so ein bisschen weg. Ganz oben links gibt es den Punkt Aktivitäten. Da klicke ich drauf und hier unten gibt es verschiedene Punkte und da kriege ich alle Anwendungen angezeigt, die ich jetzt aufrufen kann. Und das sind einige. Das ist jetzt ein komplettes Linux Live System. Also da könnte ich auch mit surfen und könnte auch mit arbeiten. Taschenrechner, alles dabei. Und ich klicke hier drüben auf System. Und hier gibt es verschiedene Optionen, Sprachen, Startprogramme und so weiter, Festplattenbelegung. Und dann gibt es hier ganz klein und unscheinbar den Punkt Laufwerke, das Programm. Und da klicke ich drauf. Das sieht jetzt ziemlich unscheinbar aus. Das ist aber wirklich ein sehr leistungsfähiges und leistungsstarkes Tool. Da kann man jede Menge Sachen mit machen. Da kann man Festplatten klonen, Laufwerksabbilder erstellen. Da kann man Smartwerte rauslesen. Da kann man das Laufwerk formatieren, so dass man das Laufwerk dann auch wieder weitergeben kann, ohne dass da jemand eigene Daten herstellen kann. Und auf der linken Seite, da sieht man alle Laufwerke, die hier gefunden wurden. Und das hier oben. Das ist die SSD, die eingebaut ist. 120 GB ist mir ein bisschen zu klein. Da soll eben eine größere rein. Und da sieht man auch hier schon, das Laufwerk ist in Ordnung. 31 Grad hat das. Und hier sieht man die Partitionierung. Dann links sieht man noch das DVD-Laufwerk, was hier eingebaut ist. Und das ist der USB-Stick, den ich reingesteckt habe. Der ist jetzt hier drin. Und dann gibt es hier das 2,3 GB Loop Device. Das ist ein virtuelles Laufwerk. Und auf diesem Laufwerk läuft eben dieses Linux, was man hier sieht. Und hier oben diese Platte, die möchte ich klonen. Um das Laufwerk, was jetzt hier eingebaut ist, auf das neue größere Laufwerk zu klonen, brauche ich noch was, wo ich das Ganze zwischenspeichere. Und da benutze ich mal hier so eine externe Festplatte. Ist auch eine SSD drin. Und das ist auch ganz egal, ob das Platten oder SSDs sind. Und das ist ein USB-3-Laufwerk. Und das stecke ich hier eben einfach rein. Und das wird auch dann direkt erkannt. Ganz wichtig ist eben, wenn ihr einen USB-3-Laufwerk habt, dass es auch in USB-3 drinsteckt. Das ist bei Notebooks teilweise ganz schön schwer rauszufinden. Und dieses Notebook hat tatsächlich nur einen USB-3-Port. Und das ist genau dieser. Habe ich vorher schon mal ausprobiert unter Windows. Und die anderen Ports, die sind USB-2. Und da kommt es dann rein. Das Linux hat auch direkt diese angeschlossene Festplatte oder genauer gesagt SSD erkannt. Da eben war es mal oben noch kurz zu sehen. Und hier ist es jetzt. Da kann ich hier draufklicken. Und das ist USB-3.0. Da ist eine Samsung 860 Evo drin mit 500 Gigabyte. Und so viel Platz muss da eben drauf sein, dass eben der Inhalt von der zu klonenden Platte draufpasst. Das ist ja ein komplettes Linux, was hier läuft. Und da kann ich ganz normal mit arbeiten. Klicke ich hier oben auf Aktivitäten und dann hier auf diesen Punkt Dateien. Und dann kriege ich einen Laufwerks-Explorer angezeigt. So sieht er aus. Und hier unten ist dann die angeschlossene Festplatte oder SSD. Und da sind schon Daten drauf. Und diese Daten, die bleiben da auch drauf. Also das Laufwerk, das USB-Laufwerk muss nicht leer sein. Da kann auch schon was drauf sein. Es muss nur genug Platz drauf sein. Gucke ich mal nach, wie viel Platz da noch frei ist. Rechtsklick auf das Laufwerk, dann Eigenschaften in dem Menü. Und da sehe ich dann hier 500 Gigabyte USB-3. So heißt die auch nur erst mal. Und hier unten sind 458 Gigabyte frei, 41 Gigabyte benutzt. Und wie gesagt, die Daten, die werden nicht gelöscht, die hier drauf sind. Das Fenster hier mit den Dateien kann ich schließen. Und ich klicke hier oben auf die 120 Gigabyte Disk, die ich klonen möchte. Und hier ganz oben rechts sind die üblichen drei Punkte, die man überall findet. Da habe ich verschiedene Optionen. Laufwerk formatieren, Laufwerksabbild erzeugen. Genau das ist das, was ich machen möchte. Und Laufwerksabbild wiederherstellen. Das brauche ich später. Dann könnte ich auch noch hier einen Leistungstest für das Laufwerk machen. Oder die Platte überprüfen. Und das möchte ich aber nicht. Die funktioniert. Und Laufwerksabbild erzeugen. Da klicke ich drauf. Da kriegt man dann dieses kleine, unscheinbare Fenster. Und hier kann ich einen Namen aussuchen für die Datei, die da erzeugt wird. Also die komplette 120 Gigabyte SSD oder eben Festplatte. Wird in eine Datei reingeschrieben auf die USB, Festplatte oder SSD. Und das heißt hier IMG am Ende. Und jetzt muss ich nur noch das Ziel richtig aussuchen. Da klicke ich hier unten drauf. Dann auf Andere. Und dann wähle ich meine USB-Platte aus. Ordner auswählen. Oder dann eben das Laufwerk. Nehme ich hier 500 Gigabyte USB 3. Klicke hier oben rechts. Dann auf Öffnen. Dann habe ich das Ziel hier spezifiziert. Und ich muss nur noch auf Erstellung, Starten klicken. Und schon geht das los. Bei meiner externen Festplatte SSD ist hier eine LED dran. Da sieht man schön, dass es arbeitet und dass da was draufgeschrieben wird. Und den Fortschritt von dem Backup, das ist hier zu sehen. Und da sind jetzt bis jetzt 2 Gigabyte von 120 Gigabyte gebackupt worden. Also gesichert worden auf die USB-Platte. Jetzt sind es 2,3 Gigabyte. Und das dauert noch eine Stunde 18 Minuten. Und da kann man sich ungefähr so ausrechnen, wie lange das dauert bei einer 300 oder 500 Gigabyte Festplatte. Also man braucht da schon ein bisschen Zeit. Die Angabe mit den Minuten und mit der verbleibenden Zeit, die stimmt wirklich. Das geht recht linear vonstatten. Während das Laufwerk geklont wird, kann ich mal zeigen, wie man sich so einen Bootstick erstellt. Mit diesem Pop aus Linux drauf. Und das kann man sich hier runterladen bei System76. Den Link findet ihr unten in der YouTube-Videobeschreibung. Geht man hier auf die Seite, gibt es hier den Punkt Download. Und das ist ziemlich unkompliziert. Klickt man drauf und dann gibt es hier verschiedene Versionen. Aber die Standardversion, die reicht im aktuellen, ist es hier die Version 2010. Und da klicke ich drauf und dann wird die ISO runtergeladen. Und klicke ich auf Datei speichern. Wenn ihr das auf Windows macht, dann braucht ihr noch ein kleines Tool, um diese ISO-Datei auf den USB-Stick zu bekommen, sodass man auch vom Booten kann. Da gibt es die Rufu Software, gibt es natürlich verschiedene. Aber das ist eben so das Verbreitetste. Das ist die Wikipedia-Seite. Den Link findet ihr auch unten in der YouTube-Videobeschreibung. Und da gibt es hier die offizielle Webseite. Klicke ich drauf und die sieht so aus zur Zeit im Jahr 2021. Und da kann man sich das runterladen und kann aus der ISO-Datei hier einen Bootstick machen. Klickt man hier bei Download auf Rufus. Und das ist die Version 3.13 momentan. Wenn ihr das Video später schaut, kann das natürlich eine andere sein. Die Rufus-Software, die habe ich aufgerufen und den USB-Stick, den stecke ich jetzt rein. Der USB-Stick, der wird direkt angezeigt. Hier oben 64 GB, aber so groß muss der gar nicht sein. Kleiner tut es auch. Ich klicke dann hier auf Auswahl und da kann ich hier das Image auswählen, was ich eben runtergeladen habe. Pop-Aus Linux 2010 AMD 64 Intel ISO. Und dann kriegt man hier verschiedene Vorgaben gemacht. Die sind meistens aber okay. Und Partitionsschema, Dateisystem. Und ich klicke hier unten auf Start. Und jetzt wird man hier nochmal gewarnt, dass alle Daten gelöscht werden auf dem USB-Stick. Und das ist okay. Der ist leer. Und da klicke ich dann auf Erstellen. Und dann wird dieses ISO-Abbild hier auf den USB-Stick draufgeschrieben. Und da kann ich von booten dann. Wenn ihr Linux benutzt und euch so einen USB-Stick erstellen wollt, dann könnt ihr das runterladen. Genauso wie hier, ganz normal wie bei Windows, habt die ISO-Datei. Klickt mit der rechten Maustaste drauf. Und da gibt es dann meist direkt schon mal eine Option. Da braucht man kein Rufus. Hier heißt die mit USB-Flash eröffnen. Kann auch anders heißen. Die kann auch hier unten irgendwo sein. USB-Stick erstellen. Bootbares Medium erstellen oder ähnliches. Ich klicke hier oben auf mit USB-Flash eröffnen. Und das ist dieses Programm. Und damit kann man das direkt auf den USB-Stick schreiben. Hier heißt das Programm bei dieser Linux-Distribution Popsicle. Und dann heißt es hier, man soll sich ein Image aussuchen. Und das habe ich ja schon mit dem Rechtsklick gemacht. Klicke ich auf Next. Und da wird hier der USB-Stick angezeigt. Auch wieder der Toshiba. Den suche ich dann aus. Klicke wieder auf Next. Und dann muss man hier nochmal sein Passwort eingeben. Klicke ich dann hier unten auf Anmelden. Und dann wird der Stick geschrieben. Und da kann ich dann direkt von booten. Also hier brauche ich kein Rufus oder kein anderes Tool. Und da ist es jetzt auch gleich fertig. Und das Ganze hat tatsächlich jetzt über eine Stunde gedauert. Ich kann jetzt mal gucken, wie es auf dem externen Laufwerk aussieht. Gucke ich wieder im Dateiexplorer nach. Und da müsste es jetzt eine neue Datei geben. Und da ist es, dass es diese dann hier, das ist Laufwerksabbild, habe ich eben erstellt. Gucke ich mal nach den Eigenschaften, wie groß die ist. Und die ist sehr genau 120 GB groß. Und ich kann jetzt die ganzen Fenster schließen, runterfahren und kann dann die SSD, die Ziel-SSD einbauen. Ich habe das Notebook aufgeschraubt. Akku ist natürlich auch draußen. Und da kommt dann die Original-SSD raus. Das ist hier die Crucial. Da kommt dann hier die größere mit 240 GB rein. Ist aber auch egal, ob das jetzt eine 500 GB ist, Terabyte oder noch größer. Alles wieder zusammengebaut und ich habe das Notebook eingeschaltet. Hier drüben steckt wieder der Stick drin, der USB-Stick mit dem Linux-Pop-Aus drauf. Und die externe Platte, die habe ich noch nicht angeschlossen. Das kann ich ja gleich machen, wenn das hochgefahren ist. Dann habe ich mein Bootmenü wieder aufgerufen. Und da sieht man hier oben den Toshiba-Stick oder die neu gefundene, neu eingebaute Kingston-SSD. Und ich boote jetzt hier von dem Stick. Das Linux ist hochgefahren und ich habe es wieder auf Deutsch umgestellt. Genauso wie ich das am Anfang gemacht habe. Und gehe hier drüben auf Aktivitäten. Dann rufe ich das Programm wieder auf. Zur Festplattenverwaltung ist hier unter System zu finden. Dann hier Laufwerke. Und da habe ich genau das gleiche wieder wie vorher. Das andere Fenster, das schiebe ich einfach wieder weg. Das brauche ich nicht. Und da sehe ich hier oben schon die 240 GB Kingston, die ich eingebaut habe. Die eingebaute SSD, die ist auch nicht leer. Da sind schon Sachen drauf. Aber das macht nichts. Die werden einfach dann wieder überschrieben. Ich stecke jetzt die externe SSD wieder dran. Leuchtet auf und wird auch erkannt. 500 GB an USB angeschlossen. Wurde erkannt und da ist auch wieder aufgeführt. Ich klicke oben auf die Platte, auf die ich drauf kopieren möchte. Also auf die eingebaute Kingston 240 GB SSD. Klicke hier auf Daten Uppelt wiederherstellen. Und jetzt muss ich mir das Uppelt noch aussuchen. Da habe ich hier die 500 GB USB. Und hier unten ist es Laufwerksabbild. Hier vom 7.01.2021. Doppelklick. Das habe ich dann jetzt ausgesucht. Da wird man hier sehr gut informiert. Eben den Namen von dem Abbild. Dann die Laufwerksabbildsgröße. Das sind 120 GB. Das war ja die alte SSD gewesen. Ziel ist eine 240 GB SSD. Und auch hier mit der genauen Bezeichnung, falls man mehrere Platten oder SSDs hat, ist es wirklich sehr hilfreich. Und da klicke ich hier auf Wiederherstellung starten. Wird man sichheitshalber nochmal gefragt, sind Sie sicher, dass das Laufwerksabbild auf das Gerät geschrieben werden soll. Alle vorhandenen Daten werden verloren gehen. Also auf dem Zielgerät, ja. Und ich klicke auf Wiederherstellen. Da werden jetzt die Daten von der USB-SSD auf die interne SSD drauf kopiert. Und auch alle Partitionen, so wie sie vorher drauf waren. Also das wird dann nachher anders sein. Und hier oben sieht man, das dauert noch 25 Minuten. Und das geht ein bisschen schneller als das Erstellen des Appels. Und fertig ist das Zurückkopieren der Daten auf die neue eingebaute SSD. Und da sieht man hier die veränderte Partitionierung. Da vorne einmal die Systempartitionen. Dann das Dateisystem. 119 GB genauso, wie es auf der alten war. Dann hat es hier noch die Wiederherstellungspartition. Mit ungefähr 538 MB. Und dann den freien Platz hier hinten. Und den kann ich gleich hier vereinigen. Das mache ich aber in Windows selber. Und da kann ich jetzt hier das System runterfahren. Der Stick, der kann raus. Und die externe Festplatte oder SSD, die kann auch raus. Das kleine weiße hier, das ist der Empfänger für die Maus hier hinten. Und dann fahre ich das mal hoch. Da sieht man schon, das Windows-Logo kommt direkt. Ich habe auch im BIOS nichts mehr anderes eingestellt. Die Festplatte oder SSD wird ja automatisch erkannt. Windows 10 fährt sich da ganz normal hoch. Das ist die alte SSD, die am Anfang des Videos drin war. Mit dem Daten drauf, mit dem Windows drauf. Und jetzt ist hier alles neu rüber kopiert. Und ich gucke mal, ob meine alten Daten noch drauf sind. Das sind sie. Das sind hier die Bilder, die es da kopiert hat. Die Downloads, auch noch alle drauf. Und die Videos, die sind auch noch alle da. Also das funktioniert ganz einwandfrei. Da kann ich gleich nochmal online gehen und gucke mir das Ganze nochmal an. Und ich gehe zuerst mal hier in die Festplattenverwaltung. Da tippe ich bei Windows 10 einfach nur hier unten Festplatten ein. Oder nach ein paar Buchstaben reicht das schon. Und da kommt hier schon der Vorschlag. Festplattenpartition erstellen. Das sieht in etwa genauso aus wie bei der kleineren SSD, die drin war. Hier eben diese 50 MB Systempartition. Die braucht man. Die muss auf jeden Fall drauf bleiben. Und hier sind ja meine Daten, mein Windows drin. Hier gibt es die Wiederherstellungspartition. Die brauche ich nicht unbedingt. Und hier drüben ist mein neuer freier Speicherplatz. Da kann ich entweder neuen Laufwerksbuchstaben hier anlegen. Oder ich kann Laufwerk C vergrößern. Und neuer Laufwerksbuchstabe wäre ganz einfach. Klicke ich dann einfach hier auf Weiter. Rechte Maustaste vorher hier. Und dann kriege ich das hier angezeigt. Und dann kriegt man hier ein Laufwerk D. Das möchte ich aber jetzt erstmal nicht. Also wenn man das haben möchte, einfach auf Weiter klicken. Ansonsten, wenn man Laufwerk C vergrößern möchte, jetzt auf Abbrechen klicken. Da muss diese Partition hier erstmal weg. Ich kann mit der rechten Maustaste auf Laufwerk C klicken. Und dann gibt es hier die Option Volume verkleinern oder erweitern. Erweitern geht nicht, weil hier diese Partition das Erweitern blockiert. Partitionen müssen immer in einem Stück zusammen sein bei Windows. Und insofern muss man, wenn man die vergrößern möchte, erstmal diese Wiederherstellungspartitionen, die man nicht unbedingt braucht, entfernen. Das kann ich mit dem Programm Diskpart machen. Dann tippt man hier unten in das Suchfeld Diskpart ein. Klickt dann hier drauf. Und dann muss man das nur noch bestätigen. Und da kann ich hier jetzt die Partition löschen. Das sieht vielleicht komplizierter aus, als es ist. Aber das ist wirklich ganz einfach ein Diskpart. Da muss man nur ein paar Befehle eintippen. Als ersten Befehl List Disk. Und dann kriegt man alle Laufwerke angezeigt. Und das ist hier nur die SSD, die da drin ist. Und da sieht man auch Datenträger 0, 223 GB, frei 111 GB. Also das ist der richtige Datenträger. Dann muss ich mir diesen Datenträger aussuchen mit Select Disk 0. Tipp ich ein Sell Disk 0. Und der Datenträger 0. Also die SSD ist jetzt der ausgewählte Datenträger, auf den sich die nächsten Befehle beziehen. Dann List Partition. Dann gucke ich mir alle Partitionen an, die da drauf sind. Da sind ja drei Partitionen drauf. Eben diese 50 GB, dann Laufwerk C mit 111 GB und dann die Wiederherstellungspartition mit 513 MB. Und die kann ich hier entfernen. Ich möchte also Partition 3 entfernen. Deswegen tippe ich hier ein Select Partition 3 und drücke die Eingabetaste. Und jetzt ist die Partition 3 die Partition, auf die sich die nächsten Befehle beziehen. Ich habe die beiden Fenster jetzt mal ein bisschen verschoben, damit man das ein bisschen besser sieht. Hier drüben ist die Partition Nummer 3 und die ist gleich weg. Ich habe hier oben schon mal eingetippt Dell Partition Override, also diese Partition 3. Man muss jetzt nur die Eingabetaste drücken und schon hat man das gesehen, auch optisch hier unten. Jetzt ist die Wiederherstellungspartition weg. Die braucht man nicht unbedingt. Da kann man ja einen USB-Stick für nehmen, wo Windows 10 drauf ist. Auch da kann man auch von booten dann. Und das Programm hier, das kann ich jetzt beenden. Da tippe ich einfach Exit ein und dann ist das Fenster geschlossen. Das Laufwerk zu vergrößern ist super einfach. Einfach mit der rechten Maustaste hier in dieses Feld geklickt und jetzt gibt es hier Volume erweitern. Jetzt habe ich diese Option. Klicke ich drauf, klicke ich auf Weiter und dann nehme ich den maximal verfügbaren Platz. Wir sind hier ungefähr 114 GB. Klicke ich auch wieder auf Weiter, klicke auf Fertigstellen und das war es dann gewesen. Und mein Laufwerk C ist jetzt ungefähr 223 GB groß. Das kann ich hier schließen. Das brauche ich nicht mehr, ist bei Windows natürlich auch dabei. Braucht man sich auch nicht irgendwie runterladen. Und dann klicke ich mal hier auf Eigenschaften von Laufwerk C. Und bei dem Laufwerk C, da sind 41 GB belegt, 181 GB frei, insgesamt 223 GB. Also das Klonen ist erfolgreich gewesen. Ich schaue nochmal nach der Aktivierung, ob die auch noch da ist. Klickt man auf Update und Sicherheit und ganz hier links, da gibt es den Punkt Aktivierung, klicke ich drauf, Windows wurde mit einer digitalen Lizenz aktiviert. Das klappt prima und ich gucke mal, ob das Netz auch funktioniert. Gehe ich mal ins Internet. Da findet ihr auch jetzt wieder ein Update, hier ein Sicherheitsupdate und das lädt er sich hier gerade runter. Und ich gucke mal, ob das Netz als solches funktioniert. Sollte aber schon und habe ich den Firefox mal gestartet. Und da geht er dann auch jetzt hier ins Netz. So ein Laufwerk zu klonen mit Windows 10 drauf, das ist also, wie man gesehen hat, super einfach im Jahr 2021. Auf dem Notebook, auf dem PC, auf dem Gaming-PC, auf dem Laptop. Da braucht man keine teure Software sich zu kaufen. Da braucht man auch keine alte Software zu benutzen, die das eventuell nicht richtig unterstützt. Das geht auch mit jedem Herstellertyp von Platte, von SSD, das ist ganz unabhängig. Es gibt ja einige Programme, die gehen nur mit bestimmten Herstellern, bei Samsung zum Beispiel. Und das funktioniert eben auch mit jedem Betriebssystem, ganz egal ob Windows 10, Windows 7, Windows Vista oder ältere Versionen. Oder eben auch Linux kann man auch mit klonen. Also dem Programm hier drüben ist es ganz egal, was auf der SSD oder auf der Platte, die da eingebaut ist, drauf ist. Und erstellt dann eben eine Kopie. Mit der Software kann man sich auch prima Sicherheitskopien von der eingebauten SSD oder Festplatte erstellen. Auf eine größere drauf. Da klickt man hier oben eben ganz normal, wie vorhin gesehen, auf Laufwerksabbild erzeugen. Und kann hier Kopien, Sicherheitskopien erstellen von den eigenen Daten und von den eigenen Programmen, falls da mal was kaputt geht. Und das kann man auch jederzeit wieder zurückkopieren. Wenn ihr euch so einen USB-Stick erstellt habt und der will nicht booten auf eurem Laptop oder PC, dann guckt man unten in der Videobeschreibung, da gibt es noch ein paar Tricks dazu. Das Einfachste, was man machen kann, man geht ins BIOS von dem Gerät und schaltet da Secure Boot aus. Das wird unten nochmal ein bisschen beschrieben, wie das genau geht. Weil manche BIOS-Versionen, ganz besonders neuere, die verhindern den Start von einigen Linux-Distributionen. Im BIOS könnt ihr was umstellen, wenn von einem USB-Stick nicht gebootet werden soll. Schaut mal hier, da gibt es öfters den Punkt Legacy Support. Und der sollte eingeschaltet sein, muss aber nicht unbedingt. Aber wichtig ist meistens eben, dass Secure Boot ausgeschaltet ist. Weil je nachdem, was man für ein BIOS hat, bootet das BIOS, also der Rechner, kein Linux-Dick, wenn das Secure Boot eingeschaltet ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt ihm einfach einen Daumen. Nur vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und wenn ihr noch Fragen habt, eigene Erfahrungen, dann schreibt die unten in die Kommentare rein. Da antworte ich immer gerne drauf und besucht dann mal die Seite tooltime.de, die seht ihr hier. Auf der Seite tooltime.de, da findet ihr noch hunderte andere Beiträge mit Videos, mit Fotos, mit Tipps und Tricks, mit Beschreibungen, mit Tutorials, wie man Sachen installiert, wie man Windows 10 schneller macht, wie man Notebooks auseinanderbaut, wie man seinen Drucker repariert, wenn der Druckkopf verstopft ist und viele andere Sachen. Schaut euch einfach mal um, da gibt es jede Menge Sachen für euch. Hier blende ich noch ein paar Infokarten ein zu anderen Videos auf dem Kanal. Da seht ihr dann, wie man Notebooks installiert, ganz neue Notebooks richtig einrichtet, wie man Windows 10 repariert, Windows 10 schneller macht, wie man Drucker installiert und Drucker repariert. Schaut es euch einfach mal an, da sind jede Menge Sachen für euch dabei. Klickt einfach auf die Infokarte drauf. Klickt einfach auf die Infokarte drauf. Vielen Dank.